Man trifft immer wieder alte Bekannte, man trifft die Hoteliersen. Es ist ein toller Event jedes Mal und wir freuen uns auch darauf. Das ist immer so ein bisschen wie ein Familientreffen. Alle kennen sich untereinander, alle sind in der gleichen Branche und haben auch Lust auf diesen Abend. Es ist immer ein Fest und eine Freude auch zu sehen, dass die Kollegen untereinander sich wirklich freuen für die anderen. Wenn man hier auf der Bühne steht mit einem Mahnbach und wenn man diese Menschen hier im Raum sieht, dann fallen da so viele Sachen ein, wo man sagt, okay, das kann ich noch besser machen oder das muss ich noch besser machen. Das heißt, es ist ein Antrieb. Also ich habe mir fest geschworen, diesen Moment zu genießen. Ich habe ihn nach ein bisschen zögern, weil das ist so schwierig, so viele schöne Dinge an sich ranzulassen, dann doch angenommen und gesagt, danke allen, die so viel Vertrauen in mich setzen. Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank.